Hi und herzlich willkommen zu Let's Play Apollor Justice Ace Attorney. Yeah! Okay, wir waren gerade bei diesem komischen Rock-Schrullen-Typ hier, den auch die Trussi ständig Prinz genannt hat. Keine Ahnung, wieso, das passt irgendwie gar nicht. Und wir haben herausgefunden, dass das der Bruder von Herr Gavin ist. Die Mörder in unserem letzten Fall. Dramatic, wow. Okay, also machen wir einfach mal weiter. Denn der ist so voll der kinder Rocker-Guy, der immer so, yeah, mega ist. Zuerst muss noch eine kleine Angelegenheit aufgeklärt werden. Könnten Sie mal was ohne Begleitmusik sagen? Ich könnte schwören, dass ich die Gitarre einen Moment lang gesehen habe. Und was wäre das Staatsanwalt-Gewinn? Das Motiv, Herr Richter, zwinker, auch schein so hot. Warum hat dieser kleine Punk das getan? Warum hat er den Direktor der Meraktis-Klinikum gebracht? Ein Spur! Nicht so schnell. Der Angeklagte muss sich dazu nicht äußern. Ach, aber was wäre, wenn der Angeklickte dies ausdrücklich möchte? Wie heute Morgen. Ich möchte all meinen Homies was mitteilen, hat er gesagt, meine ich. Was? Was? Trifft es ziemlich gut. Es heißt, wer auf der Bühne steht, soll der Menge immer gehörig einheizen. Du schwitzt wie in der Sauna-Polli. Hm, allerdings. Nun, das ist höchst ungewöhnlich, aber das Gericht wird jetzt den Angeklagten zu seinem Motiv für die Tat anhören. Let's get the party started. Nun, sie, mein Junge, sind der Angeklagte. Wocky, richtig? Äh, ich bin nicht dein Junge, Alter! Du machst den Kitaki an? Mach dich lieber auf was gefasst! Oh, ja, jetzt kommen sie es gerade überhaupt nicht so an. Als ob der der Mörderer, nein, nein, nein. Und wenn sie eine Amtsperson anmachen, wandern sie hübsch ins Gefängnis. Das muss man ihm schon lassen. Wocky hat echt Mut. Oder der ist einfach nur ein Idiot. Das ist nicht sein Mut, der mir Sorgen macht. Ja, allerdings. Jungen, gut. Das Gericht wird jetzt die Aussage zum Motiv des Angeklagten hören. Vom Angeklagten selbst. Yeah. Let's get the party started. Wocky, Kitaki, es war halt. Ich sag dir was, Alter! Dieser Arzt war ein Quacksilber. Ich musste ihm mal zeigen, was Sache ist. Ich war vor einem halben Jahr in seiner Klinik. Er hat meine OP ganz schön vermasselt. Und dann hat er mich einfach gehen lassen ohne ein Wort. Bis die Tage. Ciao! Ich musste wieder hin. Zum anderen Arzt. Damit er mich wieder zusammenfliegt. An dem Tag wurde es mir klar. Ein wahrer Gangster würde sich das nicht bieten lassen. Deswegen bin ich in jeder Nacht zu seiner Bude gegangen. Alles klar, Alter? Okay, das Bild, das sah jetzt aber nicht so aus, als ob er das war, irgendwie. Sie behaupten also, sie waren einer der Patienten des Opfers? Es passiert eine Menge Zeug, wenn man sein Ding auf der Straße dreht. So sieht's aus. Eins sag ich dir. Dieser Arzt war echt kaputt. Hm, gut. Die Verteidigung darf mit dem Kreuzfahrer beginnen. Ich kann nicht fassen, dass ich das alles jetzt zum ersten Mal höre. Das ist schon sehr toll, dass wir mit dem so perfekt sprechen konnten. Yeah. Okay, let's go. Äh, Otto. Äh, ja. Moment mal. Zunächst mal lautet das Wort, das sie suchen, Quacksalber. Ach, Quacksilber, hat er gesagt. Das habe ich gar nicht gesehen. Ist das nicht etwas grob? Er war schließlich ihr Familienarzt. Wer hat dich denn gefragt, Spitzlocke? Wem hättest du dich eigentlich? Für deinen Anwalt? Hey, ich wusste das sogar. Ich habe das noch nicht vorgespielt und ich kann so perfekt Gedanken lesen. Yeah. Ich überhöre das einfach mal. Er war ein Quacksilber. Gar keine Frage. Okay. Wieso nicht? Wippo. Mit jemand meinen Sie? Gab es jemanden, der noch eine Rechnung mit dem Doktor offen hatte? Außer ihn? Fragst du lieber jemand anderen? Hombre. Was kümmert mich das? Ich habe selbst entschieden, was ich zu tun hatte. Voll korrekt. Voll gangstemäßig. Aber warum waren wir Sie so verärgert über diesen Arzt? Yo. Lern dich zurück und spitz die Lausche ab, was ich vom Stapel lasse. Mann ist rechts. Ach du Scheiße, ey. Okay, let's go. Was für eine OP ist denn das eigentlich? Sie waren also vor einem halben Jahr Patient in der Meraktisklinik. Warum? Ich hatte sowas wie ein Ehrenmal. Können Sie genau erläutern, was Ihnen gefehlt hat? Wir hatten ein kleines Tet-A-Tet mit der Familie Rival. Da wollte ich mal richtig Gas geben. Pääau. Was? Aha. Und ich bin in den Hinterhalt geraten. So ein Gangster hat mich mit Blei vollgepumpt. Ah, okay. Der wurde anscheinend angeschossen. Meinen Quellen zufolge konnten sie den Stress des Wartens nicht ertragen. Und sind 15 Minuten vor der vereinbarten Zeit reingerannt. Ganz allein. Hey, ich war den Typen mehr als gewachsen. Und sie wurden zur Meraktisklinik gebraucht. Ihnen wurde ins Herz geschossen, nicht wahr? Was? Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Ein Schurz ins Herz und er lebt immer noch? Sehr komisch. Ich kann Kugeln mit meinen Zähnen auffangen. Ja, ja. Aber ich habe noch nicht gelernt, sie mit dem Herzen zu fangen. Die Kugel ist kurz vor meiner Pumpe stecken geblieben. Als klar, Alter. Wäre alles in Butter gewesen, wenn dieser Pfuscher von deinem Arzt nicht gewesen wäre. Zu blöd, um eine simple Kugel rauszuholen. Sie behaupten also, die Operation wäre fehlgeschlagen. Das ist ja noch nicht alles, Ombre. Okay. Äh, gehen lassen. Ja, total. Okay. Was meinen sie damit, dass er sie ohne ein Wort gehen ließ? Was glaubst du denn? Was das bedeutet? Das ist krass. Was denn sonst? Ich bin mir nicht sicher... Ich bin ja super alt und so. Habe ich vergessen. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Aber es klingt ziemlich übel. Es klingt so, als hätte der Herr Doktor seinen Fehler vertuschen wollen. Aus diesem Grund hat er den Angeklagten gehen lassen. Er ist ein Lügner, ehrlich. Ein noch fieserer Gangster als ich. Okay. Zu einem anderen Arzt. Welcher Arzt denn überhaupt? Nun, die Kugel steckt... Also, noch immer? Du sagst, ich kann sie noch immer fühlen. Mitten in meiner Brust. Sie drückt volle Karte gegen mein Herz. Deine Worte treffen mein Herz wie die Kugel aus einem Colt. Oh. Smagsy. Da imitiert das Leben mal wieder die Kunst. Das stammt nämlich aus einem meiner Hits. Nun, es gibt noch einen klaren Kunstfiller. Richtig, Richter. Das war kein Versehen. So viel ist mal klar. Hm, es scheint, als hätte es Probleme mit diesem Arzt gegeben. Mann, ihn umzupusten war so, als würde ich der Welt einen Gefallen erweisen. Forky, würden Sie sich bitte erst mit Ihrem Anwalt beraten, ehe Sie sowas sagen. Kinn hoch, Apollo. Brust raus. Aber warum ist dieser Fehler erst an jedem Tag als Licht gekommen? Er wurde bei der Familienuntersuchung bemerkt. Familienuntersuchung? Das war die krasseste Sache überhaupt. Wir gangst es in einer Reihe zur Untersuchung. Besser Jungsterben, als dahin siechen Kumpel. Gut, dass Sie so denken. Hä? Was ist gut? Oh, hat Ihr Vater Ihnen das nicht gesagt? Die Kugel, die so dicht neben Ihrem Herzen steckt, muss entfernt werden. Oder Sie werden sterben. W-w-was? Hä, was ist das denn jetzt? Was hat das in der Verhandlung zu suchen? Ja, Dr. Maratis wusste von dieser Zeitbombe, die in Ihrem Körper tickt. Dieses Wissen hätte Ihr Leben retten können. Das kann nicht sein. Das ist ja total krass. Es gibt Beweise. Ihr Untersuchungsbefund. Okay, das sollten wir uns vielleicht auch gleich mal angucken. Welch eine Ironie, den einzigen Mann zu töten, der Ihnen hätte helfen können. Sie sind beinahe so unvorsichtig, wie er es war. Ha, 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 ha. Mega was heißt. Tja, jetzt wo hier endlich mal Stimmung in der Bude ist, lassen Sie uns mal richtig loslegen. Dachte, ich komme jetzt wieder. Loslegen! Die Vorgruppe hat uns genug eingeheizt, oder? Mal hören, was der Zeuge so zu sagen hat. Wacki ist auf einmal ganz schön still. Ich bin selbst ein wenig beunruhigt. Ist das Gavins Strategie? Hm. Was? Wie ist das? Juhu. Nun, nennen Sie uns Ihren Namen und Ihren Beruf. Oh. Was zur Hölle? Was für ein Teil ist das bitte? Ich heiße Wesley Stickner. Plopp. Ich bin so cool. Mit Beruf meinen Sie wohl, was? Nutzen bringen. Und gemäß dieser Definition muss ich gestehen, dass ich arbeitslos bin. Allerdings geht es, die Bedeutung der Identität zu berücksichtigen, die eben allgemein mit dem Konzept des Berufes verknüpft ist. Und wenn wir diese Tatsache ins Auge sehen, werden wir erkennen, dass Verwirrung per se keine Gestalt annimmt, sondern stattdessen von der Unbestimmtheit her rührt, die allen Darstellungen von Gedanken inne wohnt. Ach du Scheiße. Womit er sagen will, dass er ein Student ist. Ein Student an der Harkley-Universität. Noch im Grundstudium, richtig? Oh Gott, jetzt kommt wieder so ein mega Wortschwall. Ja, an der Fakultät für Naturwissenschaft und Maschinenbau. Sehr vielseitig interessiert. Verbringe ich meine Tage mit der Suche nach der Wahrheit? Ja, Philosophie-Studie, bitte nicht. Ach du Scheiße. Herr Stickler, können Sie dieses Interesse mal auf den hier vorliegenden Fall lenken? Nun gut, Herr Stickler. Bitte sagen Sie dem Gericht, was Sie in der Nacht des Verbrechens gesehen haben. Ach, ich bin so toll. Sie fragen so undifferenziert, was ich gesehen habe. Dass der Homo Sapiens zwei Augenbesitz konzipiert sind, Daten zu empfangen und zu deuten, sodass Bilder als Signale bla 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 scheiße. Eine Nacht im Park, yeah. In jener Nacht war ich auf dem Heimweg vorm Einkaufen durch den Park, als ich Sie sah. Ah, ein Mann hat einen Stand gezogen. Ein anderer Mann stand vor ihm. Ich habe sie ziemlich deutlich gesehen. Der Mann vor dem Opfer war der Angeklagte. In seiner Hand hielt er eine Pistole, die zeigte auf den Mann, auf den Mann, genau, auf den Mann, der den Stand zog. Plopp. Ein Schuss. Die Kugel trifft den Mann, der den Stand zog, von vorne mitten in die Stirn. Heftig, heftig. Machen Sie zu dieser Zeit noch andere Personen im Park? Ich kann mit hundertprozentiger... Coole Denkpause. Sicherheit sagen, dass sonst niemand dort war. Die Pistole, auf die sich der Zeuge bezieht, ist diese hier. Das Gerücht akzeptiert sie als Beweisstück. Pistolen, so gefegt. Na schön, Herr Drostes. Wir können den Zeugen letztes Kreuz verheben. Ja, ja, ja. Äh, Tchussi, warum schaffst du den Zeugen so an? Dieser Mann, ich hab so ein Gefühl, als hätte ich ihn schon einmal irgendwo gesehen. Hm? Muss das jetzt heißen, dass ich ihn irgendwo gesehen haben müsste? Oh Gott. Das wär natürlich manchmal super toll. Okay, aber ich guck mir grad erstmal die Gerichtsakte ein bisschen an, weil da waren noch Sachen, die ich mir noch nicht eingeschaut hab. Also, Bokkis Untersuchungsbefund. Ergebnisse einer Untersuchung vom Juni. Äh, Metallfragment in Herznähe entdeckt. Äh, Name des Patienten, Bericht abgelegt. Okay, das haben wir schon mit sofort untersuchen und so. So. Am Tatort zurückgelassen, zwei Schüsse, äh, zwei Schuss wurden abgegeben. Fingerabdrücke, weggewischt. Okay. Moment, da ist noch gerade was. Pew. Oh! Nicht mit dem Ding auf mich zeigen. Keine Angst, ich kenn mich mit Waffen aus. Oh Gott. Mit Zauberwaffen jedenfalls. Soll ich aus den Tauben geflogen kommen? Ach du Scheiße. Sehr beruhigend. Ja. Finde ich gerade auch. Okay. Ähm. Yum, yum. Also, Fingerabdrücke sind weggewischt. Das ist natürlich ungut, aber okay. Dann kümmern wir uns erstmal um den tollen Zeugen, der so mega-smagsy aussieht. So, mhm, ich bin Hottie. Sie waren auf dem Heimweg vom Einkaufen, sagen sie. Warum gehen Sie dazu durch den Park? Ah, eine faszinierende Nachfrage. Sie enthüllt, dass ich mich unzureichender Ausführlichkeit schuldig gemacht habe. Betrachten wir mal die Zeit, die ich durch das Durchqueren des Parks gespart habe. In dieser Zeit bin ich in der Lage, zwei Bögen mit Prüfungsfragen zu lösen. Ha, ich bin so schlau. Im Durchschnitt benötige ich... Erfolglich benötige ich für das Lösen von zwei Bögen etwa sechs Minuten. Wenn allerdings die Fragen aus der verbalen Kategorie kommen, dann kann... Das reicht schon. Genug. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Gut, das ist mir was möglich, das Kreuzfeuer nach diesem Monat zu Ende zu bringen. Oh ja, da kann ich natürlich viel für. Ich bitte, im Anschluss an diesen Prozessor habe ich ein Tonstudio gebucht. Oh, ich bin so cool. Ich muss zu einem Auftritt. Ah, toll. Mann, ich kann doch nichts dafür, dass Sie alle so viel zu tun haben. Ja, ich bin einfach nur ein einfacher Anwalt. Lass uns schon Ruhe. Ein anderer Mann stand vor Ihnen. Okay. Juppi. Haben sich diese Männer vielleicht unterhalten? Aha, Sie haben recht. Ja, das haben Sie. Aber ich habe sie nicht sehr deutlich gehört. Nur Fragmente. Sowas wie... Du hast mich angelogen! Oh, und... Ich werde dir etwas von deiner eigenen Medizin verabreichen, Freundchen. Das ist genauso, wie ihr Mandant es behauptet hat. Ich glaube, er wollte den Opfer beibringen, wie sich eine Kugel im Herzen anfühlt. Wenn das stimmt, ist das eine entscheidende Aussage. Also, der Fall klingt irgendwie schon ein bisschen verloren. Klingt für mich, als hätte er sie deutlich genug gehört. Wow! Moment mal. Würden Sie es mir gestatten, meiner Aussage etwas zu korrigieren? Was denn jetzt noch? Um genau zu sein, er hat nicht Freundchen gesagt, sondern Alter. Ja, genau. So war es. Das schwöre ich auf mein Diplom. Was macht das schon aus? Und dieser andere Mann, wer war das? Okay, das mit dem Alter, das ist jetzt aber anscheinend komisch. Weil ich glaube nicht, da wird Alter zu irgendjemand sagen, den er nicht so mag. Der Mann vor dem Opfer war der Angeklagte. So. Wie können Sie sich so sicher sein, dass es der Angeklagte war? Das Verbrechen wurde nachts verübt. Da war es doch dunkel. Oh, habe ich vergessen. Ich gucke mal schnell in meinem Buch nach. Vielleicht finde ich da die Erklärung. Vielleicht war es falsch von mir, ist nicht schon früher zu erwähnen. Hä? Sehen Sie, im Unterricht sitze ich immer auf dem hintersten Platz. Wissen Sie warum? Wer interessiert hat? Plopp. Ich sage es Ihnen, weil ich möchte, dass irgendwer meine perfekten Notizen abschreibt. What the fuck? Und was hat das jetzt mit Ihrer Aussage zu tun? Ich erwähne dies, um meinen Hang zu allem Perfekten zu illustrieren. Sie sagen, es war dunkel. Aber es gibt doch Lampen im Park. Wenn ich sage, dass der Angeklagte in Jena nach dem Park war, dann stimmt das. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Er ist ganz schön selbstsicher. Und außerdem scheint er die Wahrheit zu sagen. Tja, bis jetzt ist das allerdings ein bisschen doof. In seiner Hand hielt er eine Pistole. Moment mal! Sind Sie sich sicher, dass es diese Pistole war, die als Beweis vorgelegt wurde? Ob ich mir sicher bin? Gewiss. Sie belieben wohl zu scherzen. Oder so ähnlich wäre ein gewöhnlicher Zeuge geneigt, es zu formulieren. Hä? Oh, voll toll artikuliert. Oho, ich musste gerade rülpsen. Doch ich bin kein gewöhnlicher Zeuge. Ich sehe nicht nur Ereignisse, so wie sie sind, sondern auch ihre logische Struktur. Plopp! Zunächst müssen wir die Tatsache betrachten, dass es ein Nachtweinpack und der Blickfeld wegen der eingeschrittenen Deutsche ist beeinträchtigt. Und wir berücksichtigen, dass sich die Pistole Objekt A tatsächlich in Dunkel befand, lässt sich kaum noch mit der Sicherheit sagen. Objekt A wäre in der Tat Objekt A. Ich glaube, er meint damit, dass er sie nicht so deutlich sehen konnte. Meine Marke für einen ganz normalen Zeugen. Doch es ist unwiderlegbar, dass von meinen Augen eine Pistole abgefeuert wurde. Ich sehe es immer noch, wenn ich meine Augen schließe. Der Angeklagte hob seine Waffe. Uh, ein Schuss. Mitten in den Stirn. Okay, haben wir vielleicht einen Autopsiebericht? Sind Sie sich absolut sicher, dass nur ein Schuss abgegeben wurde? Ja, natürlich war es nur ein Schuss. Warum fragen Sie? Aha, ein Widerspruch. Endlich. Herr Stickler, laut Gerichtsate, Akte wurde mit der Pistole zweimal geschossen. Klarer Widerspruch. Ja, I'm cool. Gut bemerkt, Herr Justice. Sie sind cool. Richtig cool. Hä? Glauben Sie das wirklich? Oh, Verlegenheit, wie süß. Aber dieser Schuss muss nicht unbedingt in jener Nacht abgefeuert worden sein. Worauf wollen Sie denn los? Diese Pistole stammt vom Anwesen der Familie Kitaki? Man kann wohl davon ausgehen, dass die Pistole schon vor jener Nacht benutzt wurde. Vielleicht bei einem anderen Vergehen. Da hat er nicht ganz Unrecht. Nach seinem selbstgefälligen Ausdruck zu urteilen, hatte Herr Gavin diese Antwort schon parat, bevor du auf das Problem hingewiesen hast. Es scheint sich seiner Aussage ziemlich sicher zu sein. Wir machen immer die größten Fehler, wenn wir uns am sichersten sind. Irgendwo hat er einen Schwachpunkt, Apollo. Finde ihn. Richtig. Ich sollte mir die Aussage nochmal anhören. Okay. Ist da wirklich ein Widerspruch? Ich habe bisher noch nichts bemerkt. Ähm, einkaufen. Okay. Ein Stand gezogen. Haben wir hier eigentlich noch die Bilder? Also da ist die Karte. Die brauchen wir nicht. Die komische Hose. Ach, wir haben den Autopsie beschwricht. Ja, das ist ja schön. In die Schläfe. Ah ja, weil ich wollte gerade sagen, ist das wirklich in der Stirn gewesen? Weil das hat sich schon was komisch anhört. Also gehen wir doch gerade mal dahin. Ähm. Maiden in die Stirn. Yeah. Okay, so. Äh, Todesursache. Kugel in rechter Schläfe. Aha. Puh. Wenn das alles ist, dann habe ich wohl eine Chance. Könnte es sein, dass Sie etwas aufatmen, Herr Justice. Hä? Oh, äh. Ähm. Einspruch! T-t-t-t-t-t-t-t. Wiemann ist wirklich genug, Herr Justice. Apollo, halt dich zurück. Dieser Prozess ist noch nicht vorbei. Äh, richtig. Ähm. Sehen Sie sich das mal an. In der Autopsiebericht. Gibt es ein Problem mit dem Autopsiebericht? Ähm. Richtig. Ein Problem. Das Problem ist... Ja! Das Problem ist die Position der Eintrittswunde. Die Position? Sie haben ausgesagt, dass der Mördersopfer mitten in die Stirn traf. Nicht wahr? Ich habe schon erkannt, worauf Ihre Frage abzielt. Plopp! Gestatten Sie mir, dass ich das erkläre? Es ist wirklich ganz einfach. Erstens müssen Sie verstehen, dass ich mitmitten, nicht mit geometrischer... Bei einem Meter beträgt die Abweichung bekanntlich... Die Wellenlänge des Lichters von einem Kryptonalpartikel... Das Kryptonalpartikel ist... Was auch eigentlich... Ein fehlschuss in Ihrer Argumentation schließt. Hör, du hast es... Ja? Bezüglicher Anspruch auf... Das Krypton... Partikel... Zeugs... Sie stehen hier auf der größten Bühne und sind von diesen Krümeln besessen. Erbärmlich. Nein, 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 ich bin von etwas Großem besessen. Ich meine, es gibt hier ein größeres, nicht so kleinliches Problem. Konnten Sie es da bitte erläutern? Sehen Sie sich doch mal den Autopsiebericht an. Die Position der Eintrittswunde. Die rechte Schläfe. Schläfe? Herr Stickler, Sie haben klar ausgesagt, dass der Schuss mitten in die Stirn traf. Das ist ein Widerspruch. Oder etwa nicht? Natürlich. Ist es doch, oder? Endlich! Okay, gut. Dann war es das erstmal für diesen Part. Und wir schauen einfach mal, was im nächsten Part passiert. Haben die wirklich ein Problem mit dieser Eintrittswunde? Oder lassen die es einfach durchgehen? So wie wir den schönen, tollen, sinnieren Richter kennen, werden wir wahrscheinlich etwas Merkwürdiges erwarten. Aber gut. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!